So, 2016 beginnt und ihr seht, hier es regnet, ihr seht von meinem Balkon aus, auch wenn man mich vielleicht nicht hört, so ein bisschen Feuerwerk in Berlin. Ich bin nicht zum Kotzen, Silvester. Mein Sitten fiel, aber ich habe gerade schon eine Krankenwagen vorbeifahren sehen, irgendjemand hat sich also wieder in die Luft gesprengt, aus dem Grund gehe ich in Berlin und ich mir raus, nach 16 Uhr, des Vortages. Ja, sieht man schön, die ganzen Reflektionen und Lichter und alles. Ja, schön, oder? 2016 ist da, wieder Milliarden Euro in die Luft geblasen. Was auch immer das für einen Schaden für die Umwelt anrichtet. An dem Tag egal. Ja, schön sieht es aus, aber mein Geld wäre ich dafür nicht verballern wollen. Ja, und ihr seht hier in unserem Häuschen, da sieht man gerade nicht viel, ich muss so ein bisschen mehr leuchten. Macht nie wirklich viel jemand was. Passiert eher so in der Innenstadt, ich weiß noch nicht, wo genau das Brandenburger Tor liegt, von meiner Richtung hier aus, aber irgendwo wird das da schon sein. Ja, meine Freunde, das war's gewesen, die Einleitung für 2016 hat begonnen, in 365 Tagen. Ey! In 365 Tagen machen wir's nochmal, alle Jahre wieder, ne? Und, glaub ich's sagen, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt euch Vorsätze. Hui, da oben. Ich hoffe, ihr habt euch Vorsätze, ähm, gestellt, gesetzt, wie auch immer. Und, auf ein frohes, tolles, neues Jahr. Bis denn, ciao!